Die ist, ich muss hier lang. Halt. Wie viele da sind, alter. Warte mal. Könnte ja... mit Kamera... Brauchst du Hilfe? Wissen mich nicht, wissen mich nicht. Oh! Klatsch! Na... was machen wir jetzt? Wie mach ich das jetzt? Oh, geht's ja auch lang! Oh, geht's hier runter? Also... zu hoch drunter kletter rw ist fiktor ich Alter... Das funktioniert nicht. Wie ich das will, geht das nicht. Ey, was machst du denn? Danke. Wunderbar. Wie lange kannst du dich halten? Diese Position? Wir können den ganzen Tag halten. Wir würden uns hier rausnehmen, bevor wir zu Hause kommen. So gut. Oh, das ist... Ich bin noch tot. Ich muss doch da runter. Ich mein... Das ist grad ein bisschen komisch. Jetzt... Ich muss hier lernen. Warte mal, wenn ich Rauch mache... Ich bin nochzusteern... Ich kann nur den... Ich kann nur den... Ich kann nur das nicht... Ich kann nur den... Ich kann nur den... So... Ja... Was? Was? Das ist doch alles komisch gestorben. Oh, oh, oh. Rauchgranate, Schlafgasen, dann können die schon mal ein paar umhauen. Oh nein. Schlaf doch mal ein, Leute. Jetzt geht doch runter. Das ist toll. Guck mal, wie viele von den fetten Silber standen schon zwei vor mir. Das muss doch irgendwie funktionieren hier. Das Ding ist, hier ist mir zu viel Licht. Schlafgehefe, Rauchgranate. Dann machen wir mal die Haftkümmerer. Brauchst du Hilfe? Ist schwer verletzt, aber ja. Schnello. 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 Scheiße, Mann. Also, wie viel sind denn? Also, da oben sind ja auch welche. Da oben komme ich ja gar nicht hin. Das ist ja gerade das Problem, was ich habe. Dein Scheißhansuch. So. Vorsicht, der muss hier irgendwo sein. Der geht mir vorhin, den Weg. Aber wo bin ich dann da drin? Scheiße, ich habe keine mehr. Schlafgas. Wir schmeißen es einfach mal. Wir sehen, was passiert. Das war zwar nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Das hier ein bisschen schwieriger war. Irgendwie muss ich die hier alle ausgeben. Das hier ist aber nicht quer. Was ist das? Was ist das?